Hallo der Bladespeck, Taylor Wolle hier im Mikrofon. Zusammen mit Pixel Player Jack spielen wir Golf with your friends. Zumindest momentan. With your friends. Nachher vielleicht wieder ohne. Genau. Moin moin. Ja, momentan ist es eher Golf with your foes, würde ich sagen. So, jetzt sind wir hier in der Map Oase, nennt sich das Ganze. Seht schon, da oben ist ein Löchlein drauf. Das würde ich ganz gerne irgendwie mitnehmen. Uuuuh, Snappledidoodle. Ich habe es nicht mehr gesehen und bin da rein. Uuuuh, drin. Spacken. Wie er ein Nichtgönner ist, ey. Einfach mal den Nichtgönner raushängen. Ah, du fuck you. Ah, das gönne ich dir. Da bin ich ein Gönner. Ja, das ist aber nett, ey. Dass er da ein Gönner ist. Ja, das... Ja. Du sagst es ja auch so von wegen. Da hat der Jack auch mal ein bisschen mehr Spaß am Spiel, weil er öfter schlagen durfte. Ja, genau. Der durfte das ein bisschen weiter ausreizen. Oh, das sieht böse aus. Ähm, wie machen wir das? Ganz, ganz simpel. So ganz vornherein. Das könnte... Ah, nooo. Falsches Loch. Falsche. Shit fucking. Ach, fuck. Nein, du schmacken. Mach's gut. Und komm schon ins Richtige. Nein. Bleib doch nicht liegen. Bleib doch nicht liegen. Ganz, ganz, ganz easy. Ganz leicht schlagen. Jawoll. Boogie. Hab ich ihn wieder rausgeholt, oder? Yes. Die Mucke ist auch nicht schlecht, finde ich gerade so. Ja. Ich fühle mich glatt, so als würde man Persien erobern. Naja, komm mal. Volle Pulle. Ja. Leitverdankt. Ja, wie der Prinz of Persien. Das war der Hinterzug. So, dann machen wir mal. Nicht ganz volle Pulle, aber immer noch doll. Jo. Muss schöner. Ja, dann haben wir ja jetzt dann wieder Gleichstand. Außer du beschließt es einmal daneben zu hauen. Ich habe Pogi. Du wüsstest einen hinter mir sein. Was gleich dann wollen? Okay. Ja, stimmt. Was ist da denn los? Ach, das Loch ist oben auf dem Hügel. Schön. Dann ist das etwa diese Stärke hier. Würde ich mir jetzt mal so berechnen. A² plus B². Gleich. Verkackt Quadrat. Ja. So vielleicht. No. Piss dich doch mal. Du bist so ein Spacken. Wenn du mir im Weg rum stehst, fällt dir auch ein. Nein! So war es ja auch im echten Minigolf. Mein Nemesis, ne? Ja, diese Hügel, ne? Ein bisschen weniger so vielleicht. Nein! Ja. Aber die haben es ein paar gemacht. Ja, ich brauche auch ein paar Schläge dafür, aber... Das ist glaube ich nicht das, was du meintest. So vielleicht. Oh ja, komm. Double Boogie, alter. Shit. Gut, gut. Jetzt liegen wir hin. Mach's weiter. Mensch. Ob wir gegen den Blind Spectator verlieren werden in dieser Folge? Okay, das sehen Sie in der nächsten Folge. Nein, Gott. Alter, hier ist eine Invisible Wall oder was. Dankeschön. Wir müssen auf jeden Fall da rüber, wie das aussieht. Also wollen wir einfach mal in vollen Super Crap drauf. Batz! Ah, nee, wir müssen hochbruch. Why? Ja, das habe ich auch erst gerafft, als ich dagegen gejumpt bin. Ja, ich dachte, das war ja mal. Bei mir funktioniert. Okay, aber das ist, glaube ich, ein bisschen angeschrägt. Hier vor der Pulle so dagegen? Jo. Nein! Nein, nein, nein. Wir verkacken es auf ganzer Linie. Jetzt aber. Was? Was ist denn bei der? Wie ist der geflogen? Also unfassbar. Oh Mann, ey. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So viel Leid dagegen, volle Pulle. Ja, endlich. Holy shitballs, ey. Geh ein bisschen davon hin. Die scheiß Bällchen. Die Heiligen. Ja. Alter, das schaffen wir ja nie. Puts! Nö. Wir müssen auf jeden Fall hart genug schlagen, damit wir drüben landen und ja nicht wieder auf der Startbahn ankommen. Nee, mach mal weniger. So vielleicht? No! What the fuck? Das sah ein bisschen weird aus. So vielleicht? No! Ja, wir verkacken es so hart gerade. Das wird so nix. Ja, ich muss ja auch mal gewinnen, ne? Nein, musst du nicht. Gut. Vor allem sollte ich nicht so eine große Fresse haben. Das ist Bahn 6 oder sowas. 5. So. Ja, Mann, ey. Machen wir noch ein bisschen weniger Schwung. Ich verkackse gerade auf ganzer Linie. So. Spring. Und springt der nicht ordentlich. Dann fickt dich doch bald. Ist keine Zeit übrig. Alter. Vierzehn. Hervorragend. Fuck. Damit kann ich arbeiten. Das könnte vielleicht lang, dass ich mal vor dir komme. Ja, und an diese Bahn hier habe ich gerade eben gedacht, ey, oh, böse, 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 böse. So, jetzt genau das wollte ich auch mal sehr sagen. So, vielleicht. Oh, und dann hier irgendwo rein. Komm ich ins Richtige? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Er trifft das richtige Loch von beiden und rollt einfach rein. Ah, wieder ein Schlag plus. Holy moly, ey. Wie will ich denn hier aufholen? Ich bin schon ein bisschen selbstzufrieden. Ja, das, obwohl das nicht verdient hat, ey. So, dann machen wir hier volle Pulle dahin, würde ich sagen. So. Oh, das war zu viel. Das war sowas von zu viel. Perfekt. Dann machen wir nicht volle Pulle. Dann machen wir das so. Wir werden ja eh nochmal. Voll dumm getroffen. Man will es ja auch wissen, ne? So. Machen wir nicht volle Pulle, aber trotzdem die Richtung. Das ist böse, die Map hier gerade. Ja, aber die will mich trotzdem nicht aus der Misere ziehen. So, Boggy. Bin ich schon drin, oder was? Ja, als wenn ich hier mit dem Boogie was reißen könnte. Fick. Bisschen mehr. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel Stärke ich gerade gegeben habe. Ich auch nicht. Noch mehr. Was aber sicher ist, der Zuschauer ist jetzt. Besser. Auch der sah richtig schön aus. Bin der jetzt verkacken können. Gerne mal auf die Zeit achten, so, dass die abläuft. Aber das war jetzt trotzdem böse. Aber das war jetzt trotzdem böse. Ja. Vier Schläge mehr dabei gehabt beim letzten Mal. Oh, das sieht, oh, das sieht, oh, das sieht, jo. Das sieht auch heftig aus. Geht man das so hin mit voller Pulle? Ich könnte, ne? Oh, mittlere Ring! No. Bist du da rüber geflogen? Bist du auf voller Pulle gegangen oder nicht? Das ist die Frage. Könnte das so reichen. Zack. Mittlerer Ring! Okay. Ja, ich hab den Stein sogar mitgenommen. Da außen. Also hab ich nur einen Schlag verkackt mit Paar jetzt. Aber ist in Ordnung. Hätte ich ruhig hier ein bisschen mehr daneben scheißen können. Ja, ich will dir ja nicht zu viel Hoffnung machen, ne? So. Oh, da müssen wir hin. Die fuckballs. Okay, viel Spaß. Okay, okay. Volle Pulle einmal so, zack. Ups. Jawohl, läuft. Da hinten hin. Okay, wenn wir hier so mittig werden. Bitte das Glattklappen, so, ne? Also bin ich mittig genug? Pfff, oi. Oh, nee, sind wir nicht mittig genug genug? Schade. Brinnen. Boah. Boah, haben wir Glück gehabt, ey. Da kam er gerade angeflogen. Nein! Oh Mann! Double Boogie. Ich komme. Ach. Äh, what? Da müssen wir hin, okay. Was über die Brücke hier? Der will du verraschen. Ja, ich habe eine Idee. Das ist natürlich auch klug, was du da vorhast. Na, gucken wir uns mal an hier. Oder auch nicht. So, ich mache hier unten einfach lang. Woran bin ich denn abgeprallt? Keine Ahnung. Aber machen wir hier so volle Pulle. Superman. Och, shit. Boogie. Okay. So, vielleicht nicht allzu doll. Oh. 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 Der war richtig schön gewesen, ey. Bisschen weniger, aber das hätte gesessen. Boogie. Bisschen weniger Energie. Mehr Energie. So. Mit dem Sturm schwimmen, so wie es aussieht. Okay. Alrighty. So, vielleicht. Könnt ihr das so? Ja, komm, prall ab. Wasser, dankeschön. Tschüss. Macht's gut, ihr Troll. Ich bin mal mit dem Kopf gegen die Wand schlagen. Batz. Batz. Top. Ja, ja. Batz. Wenn das ein Kopf wäre. Gönn mir doch meinen Flachs. So, vielleicht. Erstmal dorthin. So, dann machen wir nochmal freie Kamera. Da müssen wir hin. Alles klar. Könnte man so vielleicht. ankommen. Na, lieber ein bisschen mehr, ne? So. Oh, 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 oh. Ja, schön oben liegen bleiben. Können eigentlich über die Kante gehen, ne? So vielleicht. So ein bisschen. Okay. Jetzt wird hier wieder getrickshotet. Puh, du Spagni. Alter. Hahaha. Ein Fallwinkel ist unterschiedlich. Ja, ich habe wieder ein bisschen aufgeholt. Ganz kleines bisschen. Das sieht auch böse aus. Wie macht man das am Geschicktes? Hm. Auf jeden Fall erst mal ein bisschen Gas geben. Und das war zu wenig. Ja. Ging ja auch so. Äh, so ein bisschen Gas geben. Das war gut. Und das ist ja schon mal gut. Und das war gut. Und das war gut. Schön. Und einmal so. Ach, schade. Du wolltest mich hier assassinaten. Ach, schatten. Nee, nee. Glaubt doch sowas nicht immer. Dann probieren wir das einfach so mit ein bisschen Schwung. What the fuck? Wo bist du denn? Oh, geil. Drinnen. Boogie. Es durchgerollt über die Planke. Es durchgerollt über die Planke. Ja, habe ich voll geplankt das Ganze. Richtig geplankt. Sieben. Wir kommen näher. Drei Schräge noch. Fühlen Sie sich unter Druck, Herr Spectator. Hm. So, ähm. Wie machen wir das so ein bisschen? Oh, da hätte ich eine Idee. Ich würde am liebsten einfach mit dem Kreisel gehen. Dazu muss ich den aber sehen. So. Vielleicht so einfach mit voller Pulle? Ginge das? So. Jetzt einmal. Oh, ja. Oh, geil. Sehr schön. Mein sweet, 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 sweet victory. Yeah. Nee, wir wollen ihn nicht rollen. Wir machen unser eigenes Ding. Sind wir nicht darauf angewiesen, irgendwelche Trolle rauszuhängen zu lassen. So. Einmal noch rüber. Oh, auf dem Sand liegen bleiben das nicht so gut. Da müssen wir ein bisschen draschlagen. Au. Cool. Vor allem, dass er da einfach trotzdem noch so abgebremst ist. Ja, und Double Boogie. Bei mir, Pummi. Ja, da sind wir wieder ein bisschen zurückgefallen. What? Was ist denn hier für eine Peile? Haben wir hier ausgekappt oder was? Alter, hier steht ein Lebkuchenmann. Warum steht denn hier ein Lebkuchenmann? Ja, okay, dann machen wir mal den hier. So. Guck mal, na. Jetzt vielleicht. Yo. Easy. Wirst du nicht ernsthaft drin, oder? Ja, natürlich. Easy. Ganz, ganz easy. So, dann machen wir das hier mal so. Könnte reichen. Oh, shit. Das war zu doll, glaube ich. Auf jeden Fall zu doll. Immer nur so? So. Ja, das sieht gut aus. Oh, der Winkel hat fast gepasst. Schade. Können wir da richtig reinholzen, oder? Warum müssen wir das? Okay. Das hat noch. Das wollen wir auch haben. Am besten mit dem nächsten Schlag. So vielleicht. Ah. Dann vorbei. Oh, danke. Double Boogie. Bei mir bist du nicht mal reingelandet, zuerst, ne? Nee, ähm. Ich musste noch mal schlagen. Das stimmt schon. Shit. Aber Katzen hier. Katze. Und da müssen wir hin. Okay. Wie kriege ich hier Schläge raus? Kann ich das da mitnehmen? Ist das eine kluge Idee? Ich glaube nicht. Okay. Dann machen wir das einfach regulär. So vielleicht. Ja, komm da rüber. Danke. Oh, toll. Genau da würde ich nicht liegen will. Ich habe nur gesagt, damit er mich in Ruhe lässt. So, weiter geht's. Oh, das könnte. Oh, das könnte. What the fuck? Wenn wir das ausnutzen. Jo. Das ist eigentlich nur noch gerade draufholzen. Minimal. Sehr schön. Dann kommst du wohl wieder ran. Zwei Schläge. Ja, bei dieser Wirkung war ich in. Durch meine Position. Einer fehlt noch, damit wir gleich auf sind. So, jetzt nochmal wieder gucken. Wo müssen wir hin? Hier hinten ist das Ganze. Wie spielt man das am besten? Da hätte ich eine Idee. Einfach hier so schräg draufholzen und wir fliegen. Ja, geil. Spacken. Tut mir leid. So, und dann einmal hier noch so ein bisschen und... Yo, Brady. Liebe Zuschauer, glaub mir, das ist bei mir mehr Glück als Verstand. Dafür bürge ich. Ich glaube, das ist auch das Wort. Dafür bürge ich mit meinem Namen. So, da müssen wir jetzt hin. Okay, also gut die Rampen ausnutzen, würde ich jetzt behaupten. Na, bei ihm sah das schon mal gar nicht so schlecht aus. Wir dürfen, glaube ich, nicht zu doll draufholzen. Ist das zu... Ne, das ist zu schwach, oder? Zu schwach, wie auch die Augenhahn. Oh, Mann. So. Okay, muss ein bisschen mehr sein. Wird kein Hole in One mehr. Tut mir leid, wenn ich euch enttäusche, liebe Zuschauer. So, vielleicht. Ah, zu doll. Fuck it. Wir machen die Fuck it Bucket Challenge. So, ähm. So, eventuell. Ja, komm, roll weiter. Ja, oh nein. Oh, er verhungert wieder. Oh, Mann, oh. Jetzt verkacke ich's halt wieder. Da kriegt er seine Schläge wieder zurück, ey. Ja, ich hoffe's doch. Alter, da spielen wir dem Homo-Fürsten da ordentlich rein, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, jetzt roll rüber. Oh, bleibt da stehen, bleibt da stehen. Ach, du dummer Ball. Das ist ja unfassbar. So ne Frechheit, ey. Ballern wir jetzt mal hier ordentlich drauf. Shit. Jetzt tiltet er. Wir verkacken's echt. Ja, jetzt tiltet er. Haben wir was dagegen? Hä? Dann so. Als ob. Du musst jetzt gefühlt schlagen. Wird schneller fertig, Ball. Komm schon. So, jetzt. Bleib da. Dankeschön. Scheiß Posi. Aber geht noch. Jetzt. Ja, komm schon. Neun Sekunden noch. Alles ist besser als 14 Schläge. Boah, jetzt. Boah. Fuck it. Gegönnt hätte ich sehr schon. 5 Schläge, ey. 5 Schläge. Sonst kommen wir da nicht raus. Darüber oder darüber. Müssen wir auch. Ach so, okay. Levante. So wie Franzose oder was. Ich nehme lieber die andere Seite, damit er nicht alles abguckt. Wir gehen da so durch. Das könnte es sein. Jupp. Natürlich nicht! So, jetzt aber. Jo. Ja, komm schon. Ah, den hat er nicht mehr gekriegt. Das wird nichts, ey. Der würde das gut machen, denke ich mal. Als ob, ey. Als wenn. Ich sag mal so, sieht nach einem Boge aus. Ich stehe hier eigentlich gar nicht so schlecht, sagt mir das Spiel. Oh Gott. Ich hab verkackt. Ja, völlig recht, gerechtfertigt, finde ich sehr, sehr gut. Schaut auf die ersten beiden Folgen, wenn ihr ein besseres Ergebnis sehen wollt. Nein, Quatsch. Und dann war das hier eine weitere Folge Golf ohne Friends. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Dir erstmal Glückwunsch und dann haben wir uns. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.